Hier sind wir im Steigenberger Hotel Hamburg. Jetzt zeige ich euch ein Standardzimmer. Superschön groß, große Betten. Breite Fenster. Sekretär, Free-Wile-Islam. Zimmerservice kann man bestellen. Einfach traurhaft schön. Hier ist der Ausblick. Hier sind wir festgezogen. Und Matthias, wie gefällt dir das Hotel? Mir gefällt das Hotel unheimlich gut. Es ist schön zentral, es ist sauber, es ist modern eingerichtet und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es einfach nur super. Padewanne, Dusche kann man schön nutzen. Einfach traumhaft schön. Hallo, ich bin der Hubert. Ich zeige euch die Videos. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr sehen wollt vom Hotel, unten auf Gefällt mir drücken. Ich mache sehr viele Reisevideos, einmal rund um die Welt. Mit mir könnt ihr euch alles betrachten. Würde mich über ein Gefällt mir freuen. Bis dann. Ciao. Ciao.